Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten L. Ich sag schon wieder Let's Play, aber ihr habt es schon im Subnail gesehen, Aufstieg droht Leute. Aufstieg droht in zwei Clans und zwar beim Clan Free2Play und beim Clan Deutschland Ad. Ich bin in Free2Play, was kann man denn eigentlich machen, wenn man nicht aufsteigen möchte, weil wir sind nach wie vor Rathos 13, Rathos 12 hier und haben hier gegen 14er gekämpft, wir haben gegen 15er gekämpft, hat aber wunderbar funktioniert. Ihr seht, dass wir am 1, 2, 3, 4, 5 Clan Kriege hier gewonnen und womöglich verlieren wir den letzten. Den letzten verlieren wir, denke ich mal, ich gucke mal etwas, was Tobi gemacht hat. Das ist unser erster Dreier hier, aber so sahen die 15er hier teilweise oben aus und ich habe in dieser Woche auch mit dem Beckensheriffen Dreier gefahren auf einen 15er, der auch nur eigentlich nur ein Rathos 15 hatte, als Rathos 15, aber der Rest war halt sehr mau und so ähnlich sieht das hier auch aus. Allerdings muss man mal gucken, ja, die Scatter sind hoch, Monolith ist auch am Start. Clamburg, war das Clamburg, die da gerade rauskam? Ja, aber das war glaube ich gerade, ah ja, das war die gegnerische Clamburg, die da rauskam, mit einem Hund, okay. Mit einem Hund, was hat er denn eigentlich noch gemacht? E-Drachen, okay. Auch nicht schlecht. Ist ja nicht meine, ist ja nicht, ist ja nicht gerade meine Truppe, aber gucken wir uns ruhig an den Dreier hier, sehr schick. Und ja, so bleiben wir natürlich am Ball, aber was kann man eigentlich machen, damit man nicht aufsteigt? Klar, man greift einfach nicht an oder man greift schlecht an oder man greift semi an, je nachdem, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und ich bin aber immer der Meinung, man sollte einfach ganz normal durchclashen und wenn es dann der Aufstieg ist, Leute, ist es halt der Aufstieg, steigt man nächste Saison vielleicht ab oder man holt sich ein bisschen Verstärkung rein. Also in unserem Fall fehlen eigentlich nur so ein, zwei, vierzehner, fünfzehner und dann sind wir hier auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. Das heißt, Aufstieg ist für uns dann Crystal 1 und damit sind wir eigentlich schon ganz schön hoch. Muss ich sagen, wenn, wer das so ein bisschen verfolgt hat, dieses Free-to-Play-Projekt hier, der weiß, dass wir ganz, 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 ganz unten angefangen sind und haben uns über die Jahre jetzt echt hier hochgekämpft, obwohl wir es gar nicht wollten. Obwohl wir es gar nicht wollten, denn wir wollten eigentlich immer nur Liga halten irgendwo. Klar steigt es ja natürlich irgendwann mal auf, aber dass das jetzt hier so cool geht, mal sehen. Ich werde gleich auch live angreifen zum Aufwand, zum Abstieg. Ich muss mal überlegen, wie ich gleich die Sterne hole hier mit dem Schiff barfuß wollte ich eigentlich angreifen. Aber schön gemacht hier von Tobi, jetzt gucke ich mal, war das der letzte Angriff? Ah ne, das war nicht der letzte Angriff, haben sie es auch noch mal angegriffen hier. Gucken wir uns auch mal eben an. Dann haben wir in etwa so eine Checkung, was in den Clan-Bogen sein, drin sein könnte. Mit Yeti Smash und den Bogenschützen dahinter. Das glaube ich im Moment, eine recht nette Truppe. Und es ist auf jeden Fall ein Hit-Up, ihr seht das unten, der Dreier Royal Champion. Wir werden also gerade mal so ein frisches Rathaus 13 mit Betz-Bels im Backend und mit den Bogenschützen hier. Wir werden übrigens das Liga Ende, hoffe ich mal heute Abend im Livestream feiern. Ich denke mal, das machen wir so, das sollten wir eigentlich hinkriegen von der Zeit her. Gleich mal gucken, wie lange der Krieg noch geht und wie spät wir jetzt gleich haben. Und dann sollte man es auf jeden Fall mitbekommen. Meine Büchse ist endlich fertig hier. Klar, Never Touch or Run Existion habe ich natürlich trotzdem gemacht. Also ich habe das System noch mal ein bisschen angefasst, aber es rennt. Ihr seht ja auch die Aufnahme und auch die Kamera, die am Montag noch ziemlich hart gezickt hat. Weil so ein kleines Programmchen bei mir nicht lief. Um die Kamera zu jeder Tages- und Nachtzeit hier zu setten. Funktioniert wieder. Oh, Tesla Farm hier unten, okay. Alle waren nur zwei. Und dementsprechend rennt das ganze System. Ich mache gleich auch mal ein paar Fotos. Ist ja sehr unscheinbar eigentlich, weil es leuchtet nichts. Ich habe nichts RGB oder sonstiges. Ich bin halt ein ganz normaler PC-Mensch. Das Ding steht hier unter dem Schreibtisch. Kein Mensch soll sehen oder sieht es. Aber es ist sehr aufgeräumt. Ein bisher aufgeräumtes PC aller Zeiten. Ich habe noch nie so einen aufgeräumten PC gehabt, also wo man wirklich mal was erkennen kann. Außer Kabelsalat. Oh Käse. Sieht aber ganz gut aus. Und ja, selber die Liga. Die dritten hier, Prince United, die könnten uns eigentlich noch überholen. Gegen die spielen wir gerade. Wir werden verlieren. Das ist ganz sicher, denke ich mal. Wenn die alle angreifen, werden wir auf jeden Fall verlieren. Die haben nicht alle angegriffen. Ja, wenn man mal hier in die Runden reinguckt. Ihr könnt das Ganze übrigens auch auf Clash of Stats nachschauen. Und ich linke euch den Link mal zu Clash of Stats unten rein. Dort könnt ihr euren Clan suchen nach Tech oder nach Name. Und könnt auch genau die Clan-Kriegsliga eigentlich beobachten. Wie spielen die anderen denn eigentlich? Wer hat angegriffen, wer hat nicht angegriffen und so weiter? Kann man da sehr, sehr gut sehen. Und hier sieht man, dass das die nur 16 Sterne gemacht haben im ersten Clan-Krieg. Und haben ihn trotzdem gewonnen. Das deutet darauf hin, dass nicht alle angegriffen haben, denke ich mal. Und, aber danach haben die dann ausschließlich so 28 gemacht, 30 gemacht. Oder 32, 30. Ne, wie viel war es hier? Auch nur 19 wieder. Was ist mit diesem Clan los? Auch nur 19. Einige haben hier tatsächlich, oder einige Clans hier haben hier wirklich nur wenige Angriffe gemacht. Und deswegen haben wir auch gewonnen. Das betraf vor allen Dingen den vorherigen, glaube ich. Ja, ihr seht das 7 von 15. Und wir auch einen vergessen. Wir haben auch einen vergessen. Ich hoffe nicht, ich. Ne, Cora. Ach, schon wieder. Zweimal schon, glaube ich. Man kann das ja ganz gut sehen. Wer wie oft hier gespielt hat. Cora 4 von 6. Also zwei nicht gemachte Angriffe. Angriffe heißt für mich keine zusätzlichen Medaillen. Weil wir können natürlich hier einiges an Medaillen noch vergeben. Aber die Runden hier waren halt für uns wirklich gut. Haben gut gespielt, gut gekämpft. Und die Masse hat dann hier auch, glaube ich, alle Angriffe gemacht. Ich gucke mal gerade. 14 von 15. Das müsste dann auch Cora sein, denke ich mal, oder? Ne, ist nicht Cora. Ist Taxifahrer. Okay. Die Taxifahrer hier irgendwie in dem Clan. Das sind nicht immer die gleichen oder so. Oder die kennen sich, glaube ich, nicht. 36. Hier haben wir verloren. Warum? Woran hat es gelegen? 36, 15. Oh ja, da konnte man gar nicht gegen stinken. Das ist, das ist, das sind die, die im Moment auf einstehen. Ja, da konnte man wirklich nichts gegen anstehen, Leute. Und haben auch drei Angriffe gar nicht, gar nicht erst gemacht. Also da oben Taxi, 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 Cora. Ja, tolle Wurst. Gar nicht erst gemacht, weil ihr seht, dass hier unten, das ist schon 14er hier. Und dann haben wir zwei Zwerber hier unten. Und der Rest ist hier 14 und 15. Also, man kann sagen, keine Chance. Keine Chance gehabt. Im nächsten haben wir 39. Und dann 39. Ja, hier haben wir wirklich den Vogel abgeschossen. Mit 9, 3 Sternen. Das war ja schon fast peinlich für die, die hier nur zwei Sterne eingefahren haben. Wie Cora zum Beispiel. Das ist ja auch wie unglücklich. 99, okay. Das nenne ich Unglück im Glück. Nee, Glück im Unglück oder so. Mal sehen. Ah, elektronische Drachen, okay. Hoppla, was kommt da denn raus? Geklonte Loons, okay. Und ein E-Drache, aber weggefegt worden. Also, Rathaus fällt da noch nicht, okay. Er hat aber auch nicht repariert. Ihr seht das hier. Hier ist keine Reparaturbauhütte drum. Weil der hat auch noch gar keine, so wie ich das sehe. Oder er hat sie halt nicht da platziert, wo sie platziert werden sollen. Ich sehe sowieso nur eine Bauhütte hier. Wo sind die anderen Bauhütten? Ich sehe nur eine da. Guck mal, Leute. Ah, nee, da ist noch eine, okay. Und jetzt, der weiß ist. Ich habe ein Klimpchen in den Mund, Leute. Okay, der Feger ist auf jeden Fall Geschichte. Der Inferno auch. Ah, und dann geht das hier erst mal so mit Zweien los. Überall, wo halt keine Luftabwehr ist. Und es ist auch gar keine Luftabwehr jetzt mehr da. Allerdings ein Hartschießender Adler. Und dann kommt er hier halb unten auf 6 Uhr über so Halbecke. Kann man machen, weil die Drachen werden ja gleich sowieso dann auch, auch der hier wird nach innen gedrückt, in die Masse hier rein. Und jetzt fragt man sich nur, wie kommen zwei Sterne und 99% zusammen? Das kann nur ein Time-Fail sein, glaube ich. Gleich auf jeden Fall nochmal einen schönen Boot auf die, auf die, ähm, auf die verbleibenden Drachen mit Fähigkeit. Jawohl, da ist sie. Ah, hier hinten. Ah, was, was, was für ein Ärger. Okay, stört aber gerade nicht. Die Quellenfalle, die Nado. Stört gerade nicht. Okay, ist auch, glaube ich, kein Minion dran, dran gescheitert. Ah, da kommt nochmal so ein paar nervige Fallen hoch. Okay. Und die Drachen gehen jetzt auf die Queen. Ach, noch nicht ganz. Und ja, gehen jetzt auch die Minions mit drauf. Denn die haben das gerade gesehen, dass da noch eine Queen lebt. Und jetzt ist die auch Geschichte. Jetzt lebt die nur noch ein Bommenturm. Okay. Ach, warum hat er da hinten alle, alle gesetzt? Hier alle, alle Minions. Hier fehlen sie jetzt nämlich. Und damit ist das ein Time-Fail geworden. Ihr seht das hier. Die haben echt viel zu tun. Und dieser nervige King. Äh. Ach, bleib stehen King. Wenn ich wegmachen kann. Aber die geht, jetzt gehen sie alle auf den King. Okay. Jetzt geht er natürlich ein bisschen schneller runter. Ah, alles klar. Okay. Okay. Eieiei. Hörte sich gerade an, wie fast live dokumentiert. Ne? Oh, null. Okay. Bitlager da noch. Na ja, halb voll. Trotzdem sehr ärgerlich. Okay, wir nehmen uns. Wir haben hier gewonnen. Nochmal gerade checken. M2016, also gut gemacht. Und hier wieder 14 von 15. Auch gewonnen. Und den letzten, ja, den werden wir verlieren. Aber ich weiß nicht genau, ob wir auf- oder absteigen. Ich meine, äh, Princess United bekommt natürlich jetzt 10 Zähler drauf und wir nicht. Ja, im Moment sind wir noch, ich nenne es mal so, 2 Zähler vorne. Weil wir haben 2,35, die haben 2,23 angenommen. Die Liga wäre jetzt rum. Dann haben die 2,33 und wir bleiben bei 2,35. Also ganz sicher ist der Aufstieg noch nicht. Wenn wir weiter unsere Angriffe einfach machen, Stern für Stern, sage ich mal, dann, glaube ich, wird das doch was mit dem Aufstieg. Okay. Ich muss einen 13er machen, Leute. Der ist nicht ganz so stark. Also ist schon stark, ja. Aber ich weiß noch nicht, wie ich in den Mitte komme. Ich weiß noch nicht genau, wie ich in den Mitte komme hier. Ich würde ganz gerne den Adler da weghaben, aber ich habe da 2 Single Infernos. Und, ähm, weiß allerdings auch gar nicht, was ich eigentlich gerade für eine Armee am Start habe. Äh, ah, okay, die Blitzarmee. Okay, eigentlich hat die immer ganz gut getaucht. Ähm, wenn wir uns das wegblitzen, das wegblitzen, darüber kommen. Äh, bub, 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 bub. Wir machen lieber den weg, glaube ich, ne? Weil die Single können wir auf jeden Fall stehen lassen. Und das sind hier auch, extra, okay, das passt. Das passt, glaube ich. Ich gucke mal. Ja. Alles klar. Äh, ich muss mal relativ in mich gehen. Danach würde ich Hox spielen. Äh, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das funktioniert mit Hox. Also nehmen wir die so und ein paar Schnitten hier mit rein. Entschuldige bitte den Ausdruck. Und einmal ihn hier. Das kaufen wir. Und dann überlegen wir mal, wie wir hier reingehen können. Obwohl ich es eigentlich schon weiß. Äh, wir kommen dem Adler entgegen, damit der Adler nicht die ganze Zeit ballert. Also über diese Flanke hier, würde ich sagen, alles schön offen. Äh, da kommen wir auf jeden Fall durch. Hier hinten die Karre gesetzt, passt. Er steht auf Boden. Spelsgrün, Truppengrün, Siege-Machinesgrün, Zaubergrün, go. Bishmi-Lak. Bishmi-Lak, Leute. Achso, ich könnte eigentlich mal wieder die Pop in den Ohren nehmen hier. Das hat sich hier ja auch ein bisschen verbessert bei mir. Okay, wir blitzen hier hinten ja vorweg. Obwohl ich gar nicht weiß, ob wir überhaupt so weit kommen, weißt du? Obwohl ich gar nicht weiß, ob wir überhaupt so weit kommen. Äh, dann nehmen wir den hier noch raus. So, das ist schon mal activated. Sehr schön. So, wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen PS machen. Oh, 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 oh. Okay, damit haben wir verloren. Denke ich mal. Weil da gerade nichts in der Mitte geht, außer noch so ein paar von denen hier. Äh. Einer, Leute. Okay. Äh, naja. So kann man sich den Aufstieg natürlich auch verspielen. Gar keine Frage. Noch dicke Riesenbombe da. Äh, sehr ärgerlich. Also die Clanburg hat auf jeden Fall gut gehalten. Oh, der Worden. Ich liebe dich, mein Schatz. Der Worden. Der Worden hat's gerissen. Und holt mir hier die zwei Sterne. Was macht der King da? Oh, der kriegt auf die Mütze. Okay. Sehr ärgerlich. Hätte ja auch noch einen Trank nehmen können, ne? Ich hätte auch noch einen Trank nehmen können. Okay, 56. Okay, das war knappe Sache, Leute. Das war knappe Sache. Aber 20 Sternchen. Und damit sind wir wieder zwei weiter weg. 2,37. Und, ja, wie gesagt, mal sehen. Ähm, der Aufstieg kann uns noch genommen werden, wenn die halt noch richtig fett reinhauen. Und uns noch mehr Dreier reinhauen. Wir haben im Moment vier gegen 4 zu 1. Und haben allerdings auch schon einen One Star gelassen hier. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Ich meine, ich habe jetzt auch gerade gedacht, meiner wird auch ein One Star. Ist aber nicht geworden. Wie sieht es aus bei euch in der Liga, Leute? Droht der Aufstieg oder droht er der Abstieg? Seid ihr froh, wenn er absteigt? Oder seid ihr eher froh, wenn er aufsteigt und mal ein paar mehr Medaillen bekommt? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Wir sehen uns in jedem Fall jetzt wieder öfter. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed. Ich kann euch auf deiner Aufmerksamkeit lösen. Untertitelung des ZDF, 2020